Halli und Hallöchen liebe Freunde, zurück zu Falcon Age. Ja, lange lange ist es her. Aber wir müssen mal gucken, was haben wir da bringen. Ahsoka, die finde den Wegzubeutel der alten Bergsteigerin. Okay. Wir machen uns mal auf den Weg. Komm. So. Wir machen uns mal auf den Weg. Ah. Okay. Okay. Nein. Fein. So. Was bist du jetzt? Wir müssen nach da. Okay. Ah. Open the door. So, dann bringen wir mal ihm die Panzerplatte. Wenn wir das nicht schon längst gemacht haben. Bin mir grad nicht ganz so sicher. Ach so, man konnte ja hier nicht springen in dem Spiel. Ja, da war ja was. Da war ja was. Boah. Ja doch. Ich eile. Talk. Perfekt. Hier nennt das Niese Nake dazu Zahlung, damit den Vogel Landminen aufschwellen. Wobei, um zur Fenerian Udo zu gelangen, sei aber vor sich. Meine Freunde sagen, dass sie schwer bewacht wird. So, hier. So. Inventar. Roboterteil. Nee. So war's nicht. Oder? Hat er das jetzt? Jawohl. Hier. Okay, jetzt war das. So. Dann können wir natürlich jetzt immer noch nach dem Werkzeugbordel suchen von der Tante. Okay. Okay, dann müssen wir dafür da hoch. Äh. Äh. Oh, Mann. So, da müssen wir aber da kommen wir nicht hoch. Okay, kommen wir hier irgendwo noch raus. Da geht's noch lang. Erstmal einstecken. So. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Geht's hier noch runter? Hier geht's noch runter. Nein. 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 Boah, jetzt hängt dieser Vogel da, oder was? Ach. Gehen wir jetzt ohne Vogel einfach los. Wird schon kommen. Oh. Kann ich den nicht selber fangen? Ne, das schauen wir nicht. Okay. So, wir speichern jetzt erstmal hier. Und dann... Ah ja, jetzt ist er da. Okay. So, mein Kumpel. Hol uns mal hier. Ah, du machst das schon. So, komm mal hierher. Ja, ja. Fuchs. 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 Ah ja. So, hier ist ja alles ausgeschalten scheinbar, ne? So. Okay, das liegt hier trotzdem noch. Was ist das? Was hat er da? Ist das etwa der Werkzeugbordel? Komm mal her. Ah, okay. Ah, okay. Dann machen wir das doch mal. Dann geben wir ihr das doch einfach mal zurück. So, du bist da. Du bist da. Das ist auch gut. Und sich aus den Fesseln des Dach, der Dachtrinne befreit. So, er ist da. Das ist gut. So, dann stecken wir mal weg. Wegstecken. Ach, ich drücke mal LED-Taste, um zu springen. Aber das ist er gar nicht. Ah ja, er bleibt dann mal bei mir. Sehr schön. So, oh. Wo ist er denn? Hier ist er doch. Ja. Hab ich. Ja. Mein Spezialgegenstand. Was ist das? Festige ihn am Vogel. So. Aha. Na gut. So, dann gucken wir mal weiter. Dann machen wir jetzt mal die Hauptstory weiter hier. Gucken wir mal, wer da jetzt am besten hinkommt. So, mein Fögel ist ja sowieso immer da. Dann gehen wir hier nochmal weiter. Dann müssen wir nach da. Ich muss trotzdem noch einmal kurz speichern, jetzt wo wir die Mission geschafft haben. Nur für den Fall der Fälle. So. Einmal speichern. Ah ja. Ah ja. Okay. Okay. Nichts weiter passiert, kam nur einer aus der Erde. So. Dann gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Äh, warum ist denn hier so komischer Filter? Ah ja. Hier ist auch nochmal was zum Speichern. Machen wir das doch gleich mal. Hopp. Speicher vor. Haben wir hier noch was? So. Ich glaube, hier wäre am besten, glaube ich. Wir gehen erstmal hier lang. Und erhalten. Sostor. Okay. Kann ich denn nichts zu mir holen? Sehe ich das dann vielleicht? Ah. Okay, okay. Mhm. Okay. Wollen wir den... Ist der denn hier echt außen rum, oder was? Mhm. Oh, ja. Ist ja. Ist ja. Was ist denn da? Okay. Das hätten wir dann... Ist hier noch irgendwas? Nee. Weil eigentlich müssen wir... Okay, dann gehen wir mal da lang. Weil hier müssen wir eigentlich lang scheinbar. Warte, oh, da ist doch was. Geht mal runter. Endlich mal wieder eine normale Sicht, ja. Alter Schwede. Wirst du denn? Da. Mal hier. Spezialgegenstand. Was haben wir denn da? Nee. Mach's weg. So, was haben wir denn hier? Ist das... Ich weiß nicht, hier noch ein Vogel. Oh, wow. Okay. Och. So, jetzt machen wir erstmal wieder Pause. Also, hier, Speichervorgang. Äh. Nicht cool. Nicht cool. Aber, bevor wir das jetzt machen und uns da unten reinstürzen... Würde ich sagen, was ist in der heutigen Folge von... Alter. Wo ist du denn her? Okay. War's das mit der heutigen Folge jetzt aber wirklich? Von Falcon Age, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und, äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage Tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Wo ist die fliefer? Was ist hier? Archiv.